Servus Leute, wie geht's? Ich begrüße euch jetzt wieder mal auf unserem YouTube-Kanal von ARS24. Ich darf euch heute unter der Rubrik Produktvideos den Klarion NX405E vorstellen. Das ist ein Navigations-Multimedia-Autoradio. So, und fast geht's schon los. Ich mag euch gleich vorweg mal darauf hinweisen, dass ihr alle weiterführenden Links zu den Produkten oder nähere Informationen auch unten beim Videobeschreibungstext findet. Und ihr könnt uns natürlich auch über die Kommentare die Fragen dazu stellen, wo wir vielleicht gerade aktuell nicht lösen. Wir sind für euch da. Grundsätzlich gibt es vier Varianten vom NX405E. Die erste Variante ist die Grundvariante, also NX405E, so wie man jetzt auch im Video ausgiebig vorstellt mit allen Funktionen. Zweitens haben wir den NX405DAB. Da ist dann von Klarion die DAB-Box mit dabei, mit Antennen, dass man sofort das Gerät mit DAB-Plus Digitalradio betreiben kann. Die dritte Variante ist der NX405EC. Und das C steht für Camper, Schrägstrich große Fahrzeuge. Da kann man nämlich dann die Längen, Breiten und Höhen eingeben von Fahrzeugen, wo man dann die Route entsprechend wählen kann, wegen Brücken und so weiter. Und für Camper sicherlich sehr interessant, Wahl des Stellplatzes mit Preisen, mit Kontaktdaten und die Möglichkeit natürlich diesen Campingplatz auch gleich als Navigationsziel in die Navigation zu übernehmen. Und viertens haben wir den NX405CDAB, also das ist der Camper mit Digitalradio mit dabei im Lieferumfang. Der Klarion NX405E ist ausgestattet mit einem 6 Zoll Touchscreen-Bildschirm, der auf der Front auch noch so viel Platz lässt, dass der CD-Schacht direkt von vorne zu befüllen ist. Und der Dreh-Lautstärke-Regler auch entsprechend sehr gut bedienbar ist und eben noch auf der linken Seite vom Display bleibt. Dieses Doppel-DIN-Gerät hat Navigation mit an Bord, sogar mit 360-Grad-Darstellung, was wir euch gleich zeigen werden. Bluetooth-Frei sprechen, Bluetooth-Audio-Streaming, auch das haben wir mit dabei an Bord und werden uns gleich nochmal näher damit beschäftigen. Wie gesagt, Digitalradio für die Geräte, die dieses Modul gleich mit dabei haben. Geiler Radioempfang, störungsfrei, volle Dynamik und eine riesen Senderauswahl. Zweimal USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes, einmal als USB für den Stick oder für eine Festplatte oder eben der zweite USB für die Bedienung eines iPods mit der Suchfunktion von Alben, Interpreten und so weiter. Wenn wir hier auf USB schalten, dann haben wir direkten Zugriff als Ordnerfunktion. Hier kann ich ebenfalls nach Album und nach Interpret und nach Song suchen und habe auch gleich mein Cover von meinem entsprechenden Album auf meinem Display mit drauf. Über den USB können die Formate MP3, WMA, AAC, FLAC, es gibt das MPEG-4 und ihr könnt das H.264 Format abspielen. Über was man eigentlich nicht mehr großartig reden muss, aber natürlich mit an Bord ist, ist der UKW-Empfänger für den FM-Empfang. Alle verschiedenen Farben sind bei dem Gerät einstellbar und zwar an den Tasten. Der Bildschirm selber lässt sich auch nochmal mit einem Wallpaper, also mit verschiedenen Designs bestücken. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch dann gleich. Zusätzlich zum AUX-In, welches das Gerät hat, haben wir auch die Dual-Zone-Funktion. Also Dual-Zone ist das, wenn ich zum Beispiel als Fahrer vorne ganz normal Radio höre oder ein USB und über das DVD-Laufwerk zum Beispiel einen Film für meine Kitties auf der Rückbank laufen lasse und unabhängig davon bedienen kann. Optional kann man auch eine Rückfahrkamera mit am NX405E anschließen, welche dann automatisch mit dem Rückwärtsgang einschaltet und eben entsprechend auch wieder ausschaltet. Und damit gehören die Kratzer und Beulen der Vergangenheit an. Wenn du Tasten auf dem Lenkrad hast, wie Lautstärke und Vor- und Zurück und so weiter, auch diese Funktionen lassen sich mit einem optionalen Interface mit dem NX405 kombinieren und eben auch bedienen. Die findet ihr dann entsprechend bei uns im Webshop unter Lenkrad-Fernbedienungsinterface. Drei Paar Cinch-Ausgänge, Front-, Rear- und Subwoofer separat regelbar. Wir haben eine aktive Frequenzweiche für die Front- und Rear-Ausgänge und für den Subwoofer separat als Low-Pass-Filter mit gängigen Frequenzübergängen von 60, 90 und 120 Hertz. Und wir haben auch einen Dynamik-Expander, einen marktnahen Expander, der eben bei leise Lautstärken mehr Dynamik noch mit reinbringt, um den Sound entsprechend gut darzustellen. Wer keinen Verstärker dran anschließen mag, der kann natürlich die 4x45 Watt Ausgangsleistung direkt aus dem Autoradio nutzen und die normale Soundanlage vom Auto, also mit Front- und Hecklautsprecher, dran anschließen. Die Bedienoberfläche des NX405 ist super gelungen und wir können jetzt mal die Farben einstellen im Menü. Auch das ist alles sehr simpel. Wenn ich jetzt hier auf mein Menü gehe, kann ich direkt zum Beispiel in die Illumination gehen, Set, und kann jetzt meine Tastenfarben entsprechend anpassen. In Lila, in Gelb, wie auch immer. Und kann das dann übernehmen. Den Hintergrund kann ich entsprechend auch auswählen. Ich habe jetzt hier bereits das Bild 6 ausgewählt. Wir können eben andere Vorschläge mit anwählen. Wir können ein Bild importieren, wer zum Beispiel das Bild seiner Liebsten drin haben mag. Oder wir können auf Illumination Color gehen, übernehmen das. Und wenn ich jetzt rausgehe in meinen normalen Bildschirm, dann habe ich jetzt die Tastenfarbe und die Hintergrundfarbe die gleiche. Also ist doch echt cool. Man kann es super cool ans Auto anpassen. Navigation haben wir natürlich auch mit an Bord. Und zwar eine 3D Navigation mit 360 Grad Ansicht. Wie das funktioniert, zeige ich euch mal. Wir gehen auf Navigation drauf. Wir haben erstens mal die 3D, das heißt die ganzen Häuser und so weiter sind erstens mal in 3D gekennzeichnet. Wir können mit dem Plus und Minus hier natürlich die Lupenfunktion nutzen und uns hier einfach quer in dieser Karte aufhalten. Gehen wir gerade nochmal zurück zu diesen Häusern. Das finde ich ganz witzig, weil jetzt die 3D, also hier haben wir wieder diese Häuser, sieht man es hier, fast ein bisschen zu nah dran. So, das war jetzt die perfekte Einstellung. Jetzt kann ich mich auf meinem Standpunkt praktisch drehen und sagen, zeige mir mal das aus einer ganz anderen Sicht. Das ist diese 360 Grad Geschichte. Ich persönlich finde das super. Ich weiß nicht, ob man es im Alltag immer so anwenden kann. Aber hin und wieder, glaube ich, ist das ein ganz nettes Gadget. Die Navigations-GPS-Antenne ist natürlich auch im Lieferumfang mit drin, damit das Navi ja optimal orten kann, beziehungsweise geortet ist. TMC ist auch mit an Bord, das heißt Staumeldungen werden mir auch bereits angekündigt und entsprechenden Umfahrungsmaßnahmen vorgeschlagen. Wir haben die 31-Tage-Latest-Map-Funktion ist es nicht wirklich, aber Möglichkeit. Das heißt, wenn ich das Gerät kaufe, habe ich 31 Tage Zeit, die neueste Software downzuloaden und entsprechend das Gerät auf dem aktuellsten Stand zu bekommen. Wenn ich dann irgendwann mal in zwei, drei Jahren mal sage, okay, jetzt brauche ich wirklich mal eine neue Software, die ist jetzt alt, es gibt mittlerweile lauter Straßen, die sind bei mir noch gar nicht drin. Da kann ich dann auf navisextra.com entsprechend die Software für meinen NX405 runterladen, kann auch dann sagen, ich möchte ganz Europa, ich möchte bloß Deutschland, Österreich, Schweiz, ich möchte Italien dazu. Die ganzen Sachen kosten natürlich unterschiedlich und die größte Version kostet 90 Euro. Also ich sage mal, es hält sich alles in Grenzen und kann entsprechend dann abgedatet werden. Jetzt kommen wir zum Thema Bluetooth. Jetzt machen wir erst mal freisprechen, weil das ist in erster Linie mit Bluetooth in Verbindung zu bringen. Wir haben beim Testen bereits mein Handy mit dem Gerät gekoppelt. Das heißt, wir müssen es jetzt erst mal entkoppeln. Das machen wir jetzt einfach auch gleich zusammen. Wir haben im Menü gleich das Bluetooth Devices, Not Connect, aber hier bin ich noch verbunden mit Olivers iPhone. Wir schmeißen diese Verbindung erst mal in den Mülleimer. So, dann kommen schon solche schmunzelhaften Begriffe wie dieses Gerät vergessen. Ja, okay, dann vergessen wir mal das Gerät und gehen wieder ganz aus dem Menü raus. So, jetzt haben wir unser altes Gerät entkoppelt, dann weiß man auch gleich, wie das funktioniert. Und jetzt koppeln wir, ja, also jedes neue Gerät muss einmal mit verbunden werden. Und wir können jetzt im Telefonmodus entsprechend hier ein Gerät dazu machen. Und jetzt muss ich natürlich mein Handy erst mal auf Bluetooth stellen und sichtbar machen. Und dann kommt auch die Auswahl, welche Geräte hier verfügbar sind. Wir wählen unser Gerät aus, gehen auf Paaren. Dann sagt der Paaren von Olivers iPhone, ja, natürlich, möchte ich machen. Ich bin jetzt hier im Bluetooth-Menü drin, jetzt zeigt es mir auch hier in meinem Display an, dass es mit der Nummer gekoppelt wird. Ich muss an meinem Handy jetzt nur noch sagen koppeln. Und jetzt sagt auch das NX405e, dass es gekoppelt ist. Und jetzt habe ich mein iPhone mit dem Gerät gekoppelt, kann ab jetzt freisprechen und kann damit auch mein Telefonbuch komplett vom Autoradio aus bedienen. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Jetzt sind wir im Telefonmodus. Und jetzt braucht es am Anfang ein bisschen, bis die ganzen Kontakte einmal überspielt sind, bis aufs Gerät drauf. Und ich kann aber jetzt im Prinzip hier schon wegtelefonieren. Könnt mal im Laden anrufen. 08 331 99 0300. Und Call. Und dann läuft das Ding schon. Die Stimme wird über die Bordlautsprecher wiedergegeben. Und das Mikrofon, legen wir mal hier auf, tun wir unsere Leute nicht unnötig belästigen. Das Mikrofon ist grundsätzlich mal hier oben mit eingebaut. Ihr braucht es also nicht unbedingt neu installieren. Ich empfehle aber trotzdem immer ein externes Mikrofon. Und da gibt es dann das RCB204 als Zubehörartikel, wo dann einfach die Sprachqualität um einiges noch besser ist, als dieses eingebaute Mikrofon. Weil hier habe ich ein wesentlich hochwertigeres Mikrofon, das ich auch da installieren kann, wo ich hinspreche, rückspiegel oder irgendwie sowas. Ist ein bisschen mehr Installationsaufwand, aber die Qualität macht es halt dann zum Schluss doch nochmal aus. Das Telefonbuch ist jetzt übertragen und kann jetzt somit vom Autoradio aus bedient werden. Ich habe jetzt hier meine Kontakte von A nach B und C und bis Z natürlich und kann hier unten auf der Leiste, kann mir den Buchstaben rauswählen und direkt auf den Buchstaben O oder irgendwie sowas hüpfen, wie, was weiß ich, M, die Mama. Ja, ganz witzig. Und direkt von hier aus natürlich loswählen. Ist eigentlich wirklich sehr einfach und unkompliziert bei der Bedienung und ich hätte jetzt mal kein Thema mit dem Bedienen und Gefährlichkeit in der Straße oder sowas. Ist echt cool gemacht. Bluetooth-Audio-Streaming ist natürlich auch eine geile Funktion, wo wir gleich mit integriert haben. Das heißt, schnurlos meinen Musikspeicher vom Handy auf das Autoradio übertragen und über die Bordlautsprecher wiedergeben. Dafür gibt es dann auf meinem Display eine eigene Funktion, die heißt Bluetooth-Audio. Oh, jetzt mal einen Schritt weiter. So, Bluetooth-Audio. Und jetzt habe ich mein Display dazu und kann mir hier einen Ordner auswählen, von dem ein Song nach dem anderen oder wie auch immer gespielt werden soll. Und ich kann nachher noch mit Vor- und Zurück- und Pause-Funktion meinen Musikspeicher vom Multimedia-Gerät aus bedienen. Ich persönlich finde den Clarion NX405 in seinen vier verschiedenen Varianten, die man kaufen kann, wirklich sehr interessant. Wir haben alle aktuellen Medien mit an Bord. Auch für die Erweiterung für Soundanlagen ist das Gerät durchaus geeignet. Und was halt echt cool ist, dass da die Navigation gleich mit drin ist. Das heißt auch die Sprachausgabe und das ganze Handling im Auto ist natürlich schon ein wesentlich besseres als irgendein Scheiben-Navi, wo man da hinklebt und mitten im Sichtfeld drin ist. Also meine Empfehlung haben wir hier beim NX405. Wen dann noch vielleicht das nächstgrößere Gerät interessiert, wir haben auch ein Video über den NX706 gemacht. Der hat dann noch ein größeres Display, dafür aber kein Drehregler mehr, sondern bloß lautstärke Wippe. Und wir haben die Siri-Funktion auch noch mit dabei, um entsprechend die Bedienung noch handlicher zu machen und noch einfacher zu machen. Wir machen jetzt im Anschluss, wen es interessiert, einfach nochmal einen Rundgang um das Gerät drumherum. Und ich zeige euch, was wir für Anschlüsse haben, was wir damit machen und was alles im Lieferumfang drin ist. Zum Rundgang gehört natürlich mal erst die Frontansicht. Da ist ein Metalleinbaurahmen mit dabei, natürlich. Und auch dieser Zierrahmen, den man abnehmen kann. Jetzt empfehle ich euch aber tatsächlich bei der Installation von den schönen, schönen Doppel-DIN-Geräten auch eine schöne, schöne Blende mit dazu zu nehmen, die dann einfach auch sich versenkt einbauen lässt. So dass mir die Bildschirmfläche wirklich plan zum eigentlichen Autoradio-Schacht bekommen. Das kann ich mit diesem ganz normalen Schacht, das ist jetzt der Universal-Schacht, der da dabei ist, kann ich das nicht machen. Das heißt, ich habe in der Regel fast immer dieses Gerät vorstehen und das schaut halt nicht wirklich schön aus. Jetzt gibt es bei uns im Webshop für fast jedes Auto eigentlich Doppel-DIN-Radio-Blenden, die tiefenverstellbar sind. Da haben wir auch ein extra Video drüber gedreht. Den Link dazu, den schmeiße ich euch auch gleich direkt in den Video-Vorschau-Text mit rein. Oder Videotext, ja. Und da könnt ihr dann nochmal genauer schauen, was ich damit meine. Nur so am Rande von meiner Empfehlung. So, und jetzt kommen wir auf die Rückseite. Und wer sich jetzt die ganze Zeit fragt, warum sauft der eigentlich die ganze Zeit Kaffee dabei? Wir haben heute unsere neuen AAS24 Kaffeetassen bekommen. Und jetzt kann ich es natürlich nicht lassen, auch mal ganz kurz drüber zu reden, weil ich finde sie saugeil, oder? Schauen die nicht cool aus? Und weil die jetzt cool ausschauen, machen wir direkt weiter mit unserem Kabel auf der Rückseite vom NX405. Und wir haben grundsätzlich mal unseren Hauptanschlussstecker. Den machen wir nochmal kurz weg. Da ist dann unser ISO-Anschluss drauf, wofür es dann auch bei uns im Webshop wieder die entsprechende Anbindung auf dein Fahrzeug gibt. Entweder mit Lenkrad-Fernbedienungsinterface oder auch ohne, je nach Fahrzeug. Da könnt ihr uns gerne jederzeit anrufen oder eine E-Mail schicken, wenn ihr dann halt genau wisst, was ihr machen sollt. Hier verbirgt sich nämlich dann die komplette Stromversorgung vom Gerät, also Dauerplus, Zündungsplus, Masse. Wir haben das Remote-Signal für elektrische Antennen oder Antennenverstärker. Wir haben auch ein Illumination-Kabel, das heißt Licht an, Display dunkler. Und wir haben natürlich unsere vier Lautsprecher-Ausgänge mit denen 4x45 Watt. Da hängt dann auch noch ein Lilanes-Kabel mit einem weißen Streifen mit drin. Das ist unser Reverse-Kabel, das heißt hier schließe ich normalerweise meinen Rückwärtsgang mit an, damit meine Rückwärtsfahrkamera entsprechend das Bild auf das Multimedia-Gerät wirft. Und das kriege ich auch meistens mit den Lenkrad-Fernbedienungs-Interfaces, Canbus-Interfaces, die bei uns im Webshop erhältlich sind. Da kann ich das mit anschließen, wenn ich eine Rückfahrkamera installieren mag, ist das Kabel sehr wichtig. Und dann haben wir noch das grüne Kabel, das ist auch nicht ganz unwichtig. Und zwar mit dem grünen Kabel sage ich dem Gerät, du darfst jetzt komplett funktionieren oder eingeschränkt, weil du fährst. Das heißt, gerade beim DVD-Gucken ist es natürlich wichtig, dass man eigentlich im Stand erst DVD guckt. Und damit schließt man normalerweise das an der Handbremse an. Also Handbremse gezogen, Bildschirm frei, Handbremse lösen, Bildschirm zeigt dann an, nur während dem Stand möglich. Wir können das Ganze einfach nur auf Masse legen, so haben wir das hier bei uns in der Vorführung drin. Da legen wir das Ding hier auf Masse, dann ist der Bildschirm praktisch immer frei. Das ist als kleiner Tipp für alle, die jetzt sagen, ist mir doch scheißegal, was jemand sagt. Wir hören und schauen DVD auch während der Fahrt. Ich sage jetzt ganz ausdrücklich, tut das nicht, weil das ist einfach scheißgefährlich. Seid einfach vernünftig. So viel zu dem Anschluss, was wir hier haben. Wir haben mit dabei unseren Anschluss für die GPS-Antenne. Das ist der blaue, den kann man ja auch schlecht nicht sehen, weil blau zu blau passt eigentlich schon super zusammen. Wir haben einen Anschluss, der hier, den brauche ich dann, wenn ich eben das Rear Seat Entertainment nutzen mag. Das heißt, das Dual Zone, also zwei Zonen für die hinteren Bildschirme, für die Kiddies. Haben wir hier einen Tonausgang und einen Videoausgang. Wir haben eben auch hier diesen Rückfahrkamera-Eingang und wir haben auch einen Anschluss, einen Klinkenanschluss für unser externes Mikrofon, wo ich vorhin bei Bluetooth auch schon mal erwähnt habe, was ich echt euch empfehlen würde, dazu zu kaufen, weil die Tonqualität beim Sprechen tatsächlich nochmal um ein gutes Stück besser ist. Das kann man dann anstecken. Wenn man davon gar nichts braucht, kann man es auch weglassen, um entsprechend hinterm Radischacht mehr Luft zu haben oder eben nicht so viel Kabel verstauen zu müssen. Und wir haben jetzt noch den dritten Anschluss. Das heißt, wir haben jetzt hier den Subwoofer-Ausgang, Front- und Rear-Ausgang vom Ton. Das sind unsere drei Cinch-Ausgänge. Wir haben den Anschluss für unsere Lenkradfernbedienung, für das Lenkradfernbedienungsinterface, welches ihr nutzen könnt, falls ihr Tasten am Lenkrad habt und das auch nach wie vor nutzen möchtet. Wir haben hier unseren AUX-In-Eingang als Video mit zwei Tonquellen links und rechts. Und auch dieses Kabel können wir anstecken, müssen wir aber nicht anstecken, wenn ich es nicht nutzen möchte oder brauche. Wir haben noch mit dabei ein USB-Kabel, weil genau hier hinten dran haben wir jetzt unsere zwei USB-Eingänge, die Anschlüsse. Der untere ist dann komplett für iPhone, das heißt, da nimmst du dann sowieso dein iPhone-Kabel, um das mit anzustecken. Und der obere Anschluss ist dann einfach nur der ganz normale USB-Anschluss, wo ich einen USB-Stick oder eine Festplatte, eine Portable mit anschließen kann und entsprechend nutzen kann. Und dann haben wir halt unseren Antennenanschluss, ist ja logisch. Und was haben wir noch? Unseren HDMI-Eingang, den hätten wir ja jetzt beinahe sogar noch vergessen. Mit HDMI kann ich mit HDMI-fähigen Handys meinen Bildschirm vom Handy auf meinen Bildschirm vom Klarion NX405 spiegeln. Ich kann es nicht bedienen, aber ich kann alles sehen, was ich da habe. Und das gibt vielleicht für den einen oder anderen doch einen Kick zum sagen, das Gerät gefällt mir besonders gut. Und wem jetzt das Gerät nicht nur gefällt, sondern auch die Art und Weise, wie wir Videos machen, ob das für euch hilfreich ist, ob es euch einfach Spaß macht zuzugucken, würden wir uns natürlich immer freuen über einen Daumen hoch oder ihr haut einen Kommentar unten auf die Felder mit drauf, wo wir auch gerne auch immer darauf antworten. Oder wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Los geht's und bis zum nächsten Mal, euer Olli. Los geht's und bis zum nächsten Mal, euer Olli.